Das gibt nichts Das gibt nichts Dass ich schreie wie eine Makrele Hallo Ich begrüße euch zu einer neuen Challenge von uns Oh, er schießt gleich Ja, ich hab gehalten Eine Menge Fantasie Wie ihr seht ist das so ein falsches Spiel Das heißt, wie heißt das? Der Final Kick Wie es hinten steht natürlich Und wir machen eine Challenge Das heißt, wir beide spielen ein Match gegen irgendwen auf der ganzen Welt Online halt Ja Und wer mit der höheren Was war das? War der gehalten? Die niedrigere Differenz War der gehalten? Nein, ich hab ein Tor bekommen Alles klar Alles klar Okay Ja, wer Der Oh, der geht Oh Ja, es geht halt darum Kommt darauf an Nicht darauf an Ob man gewinnt oder verliert Und es zählt nur die Tordifferenz zwischen den beiden Also wenn er jetzt sagen wir mal 4 zu 3 gewinnt Und jetzt hat er Plus 1 Stordifferenz Das heißt, wenn ich Und wenn ich jetzt mehr Also plus 2 zum Beispiel habe Habe ich gewonnen WTF? WTF? Die Smileys sind perfekt Das passt genau so Das sind keine Smileys Das sind Smileys Alles klar Ah 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 Ja, genau Also, aber Ich bin mir so sicher Ich bin trotzdem noch besser als Philipp Nein, sicher nicht Wie? Hey Was? Ah Du glaub ich immer nichts zu können Was? Nein Super gehalten Du hast perfekt Der entscheidende Schuss Verliere ich Verliere ich Ich komm Verliere Na, den habe ich Den habe ich Den hat er nicht Den hat er Den hat er Aber komm mal runter Ich habe Meine Chance Jetzt ist Philipp dran Wir sehen uns noch einen kurzen Cut wieder 2.000 Jahre später Willkommen wieder Zu einer Zu meiner Runde Zu der schlechteren Runde Perfekt Nie Lass mich Jetzt wirst du es sehen Der war zu flach Der passt Perfekt Der geht daneben Ui, daneben Oho 46 Punkte zu zahlen Der war voll ins Posten In den Posten? Ohhhhhhhhhh Du bist schlecht Bitte was? Der geht rein Der geht rein Jaaaa Perfekt So soll das ausschauen Der rittet den Posten Nicht so wie vorher Das ist ein langweiliges Das ist ein langweiliges Der steht Aber Gegen FC Barcelona Darf man die Tore Der geht daneben Nein Du gehst daneben Danke Der geht wirklich daneben Hörer Wie auch hast du gewonnen? Ich habe zwei, ich glaube vier, drei verloren. Schau, wie super ich halte. Perfekt. Wenn du auch wieder... Wenn ich gewinne, habe ich gewonnen. Definitiv nein. Philipp, du wirst mal Dichter. Gut. Ich will so werden wie Shakespeare Dichter. Shakespeare war kein Dichter. In der Tat... Shakespeare war ein... Macher. Was war das? Das kann ich nicht wahr so richtig rechnen. Das passt perfekt zu... Mai. Entscheide das, Shoot. Ich finde, du verkackst hast du genauso wie ich verloren. Du hast einen Verkackst. Nein! Perfekt nicht. Schade, Schokolade. Ich habe natürlich besser gespielt, aber man kann nicht alles gewinnen. Also, das war's. Man muss dem anderen auch etwas gönnen. Also, es war's. Alter, jetzt hör auf! Nein, das ist doch eine Schnauze! Das war's mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Die Challenge ging unentschieden aus. Über ein Abo... Über ein Abo... ...like... ... und einem Kommentar... ... würden wir uns freuen und... ... kommentar. Ciao! Okay.